Die Hypo kostet uns 18 Milliarden, das sind 2041 Euro pro Kopf und sie sind 1, 2, 3, 4, Glückwunsch 5, ist das richtig? Ja. Mal 5 sind 10.700 Euro, wollen sie ein paar zahlen oder mit Bankomatkarte? Ich kann auch gerne eine Lackschneid da lassen, nicht dass wir am Ende was mitnehmen müssten. Entschuldigung, geht das auch anders? Ja.